Ich muss nochmal rummachen, was wir da haben. Da ist noch was da. Ich wollte zum Abendessen, dann ist es schon wieder. Ja, das wollte ich auf jeden Fall aufessen, wird das vielleicht besser. So. Wo mich denn mein Arzt hat, ne, oder? Äh, ich müsste dafür... Ich mach erstmal so. Ich wollte grad sagen, wo sind die Dinger hin? Pian. Einfügen. Das sind natürlich zu viel, das hab ich mir gedacht. Weil ich hab das eigentlich nur übernommen von... ...dem anderen... Warum haben wir halb schon früher? Ja? Von 9 um die 17 Uhr. Oh. Na ja, lange schlafen kann ich trotzdem. Arsch. Ich will auch. Ist schon da. Möchte schon angezeigt werden. Eine Stunde? Ja. Ist doch cool. Ich hoffe, hab ich das jetzt mit dem Mikro schon an. Mikros an, an, an. Ja, Mikros an. Und hallo an alle, die schon da sind. So. Nein, nicht. Böse nicht. Ich hatte eben kurz einen Moment, wo ich dachte so, ne, du streamst heute nicht. Aber ich hab gedacht, weil ich letzte Woche ausfahren gelassen hab, können wir heute streamen. Und ich wollte arg machen. Arg? Ja, dass wenigstens einmal in die Woche jetzt arg kommt oder so. Oh. Das ist aber arg. Oh, war das schlecht. Oh, das ist eine sehr große Frage. Oh. 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 Ich hoffe, das hat jetzt alles übernommen. Oh. Oh. Das sieht sehr gut aus. Das hat er da alles übernommen. ya. Wann mach das nochmal auf? Text ist da. Wow. das ist da. Old coast, lape. Yeah. Okay, Moscow. Ja, das muss ich später machen. Okay. Das sieht sowas. Basti, was warst du mit der Katze da? Ja. Bitte. Oder難lich, nein. Ich sehei. Männer. Nicht wundern, ARC hat halt irgendwie im Pausenbildschirm keinen Ton. Der Ton ist irgendwie ARC überbewertet. Yeah. Dann machen wir die Szene. Also, ich habe mich entschieden, dass wir Fratnaurack unser nächstes Projekt starten. Ist das laut genug? Was soll man machen? Okay, ich habe es bei mir leiser gemacht. Muss man bei mir was lauter machen. Ich hoffe, bei euch ist das laut genug. Ich muss mal ein bisschen lauter kommen. So, jetzt müsste es laufen. Also, Fratnaurack. Ich werde lokal spielen, also nicht auf einen öffentlichen Server. Also, muss keiner fragen, kann ich mitspielen? Wie ich schon mal erwähnt habe, für, wenn wir Bauprojekte machen. Also, größere, wenn wir in Kreativmodus arbeiten. Das werden wir aber unabhängig vom, kann man Hauptspiel sagen, machen. Ähm, ja. Ich habe einen neuen Charakter. Deswegen level ich, glaube ich, Level 2 oder so. Und halb tot. Eine gute Idee. Ja, mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Ich auf jeden Fall. Das Ziel ist vielleicht für heute, dass wir eine kleine Hütte bauen. Dass wir wenige schon was haben. Ich kann euch auch die Karte zeigen. Ich bin da oben. Da bin ich gestartet. Da bin ich auch damals gestartet. Und ich habe irgendwo, wenn ich ganz geradeaus runtergehe, da habe ich dann später meine Hauptbasis hinbekommen. Müssen wir mal gucken, ob wir das dieses Mal wieder so machen. oder ob wir diesmal woanders bauen. Ich habe aber extra Ratna Rock genommen, weil, ähm, ich brauche Fasern. Ja, weil es hier so gesehen alles gibt. Also hier gibt es Wüste, Schnee und so habe ich gedacht, wissen wir was, machen wir das. So, ich brauche Fasern. Oh, ich hasse Fasern sammeln, ne? Ich habe auch die Einstellungen alle ein bisschen runtergeschraubt und so. Also eigentlich fast die Standard-Einstellungen. Nur beim Zähmen, da habe ich das erhöht. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich. Vielleicht machen wir auch mal wirklich Boss-Campfe, aber wie gesagt, dann werde ich, glaube ich, die Nuss erschicken, weil ich meine, ich opfern möchte. Ach, nee. Ja, sonst sterben die oder so. Äh, jehe ich mal auf Ausdauer. Nee, Gewicht. Kommt, Gewicht. Oh, ich hätte vielleicht einen Schlafsack erst machen sollen. Egal. So, da können wir schon mal das machen. Ich muss gerade mal, das ist die Taste. Ich habe sehr lang kein Arkt mehr gespielt. Ich habe mich extra gegen Crystal Island entschieden, weil ich weiß nicht, die Karte, das war zwar schön, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ich weiß es nicht, wieso ich die nicht mehr machen wollte. Deswegen habe ich gesagt, wir machen nochmal Rattenrock. Da haben wir damals so viel Zeit verbracht und so viele Bugs gehabt. Und hier gibt es einfach alles. Okay. Wie gesagt, wir machen erstmal eine kleine Anfangshütte, damit, wenn wir sterben sollten, auch da wieder spawnen. Und ja, und hallo Falko, willkommen, willkommen. Was habe ich noch nicht? Eine Hose. Schuhe brauchst du Leder für, ne? Ja, das wird witzig. Okay, für die Handdinger brauche ich auch Leder für. Zwei, drei, vier. Dafür machen wir eine. Anziehen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich will jetzt gucken, nicht so einmal in die Woche, also wenn ich früh abgucke, dass wir ARC machen und dann halt Pokémon und diese Woche wollte ich auf jeden Fall zweimal Among Us machen. Vielleicht machen wir das Freitag und Samstag, Basti. Was denn? Among Us. Freitag und Samstag. Freitag und Samstag. Ja, wir haben doch gesagt, zweimal die Woche, weil wir letzte Woche ausfallen gelassen haben. Also ja, also könnte ich mal Freitag und Samstag Freitag aufschreiben. Ich will auf jeden Fall noch hier heute den Evil zu Ende kriegen. Also die Anfangshütte wird nicht schön, Leute. Das ist, glaube ich, für jeden klar. Fragt mich nicht, was das für ein Vieh ist. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem neuen DLC zu tun, wenn das irgendwann mal erscheint. Was brauchen wir für das Lagerfeuer? Feuerstein. Okay, das ist easy. Das ist easy. So, es reicht eindeutig schon. Dann mache ich... Oh, wir können... Ah, wir können ja direkt erst mal Sperre machen. Bei Sperre habe ich nämlich noch keine. Also wenn was kommt, kann ich mich nicht mal verteidigen. Ich habe da hinten Dodos gesehen. Die können wir gleich abschlachten für Leder. das müsste... Freitag Among the Arts verpackt. Ich wollte gleich noch einmal Sperre feststellen. Ja. Ja. Also ich möchte diese Woche auf jeden Fall noch ähm Robin and Evil zu Ende kriegen. Dass wir das zu Ende machen. Und ja. Achso, ich sollte erst mal verteilen. Dann kann ich die Wände auswählen. Machen wir mal Nahkampf. Dann machen wir hier die Wände. Wie viele Punkte haben wir noch? Dann machen wir erst mal das Bett. Achso, das Dach können wir auch noch machen. Kommt. So. Was brauche ich? Fasern und Stroh. Boah, ich hasse Fasern sammeln. Aber das ist jetzt so. Fasern sammeln finde ich mega schlimm. Erstmal brauchen wir ein paar Stroh. Ich glaube, ich habe aber irgendwie kommt da seit neuestem mehr Sachen raus. Ich weiß nicht, kann man das einstellen? Da muss ich mal gucken, ob ich das zu was zurückstelle. Gefühlt kommt da so viele Sachen aus dem Busch raus. Wo ich glaube, es hat letztes Mal schon mal einer gesagt, das wurde erhöht, oder? Ob ich mir mein altes Headset wiederhole, oder? Ich weiß halt nicht, was Niki für ein Headset hat. Das weiß ich halt nicht, ne? Also, wenn dein altes gut war, würde ich, glaube ich, immer eher darauf zurückgreifen, weil dann weiß man, okay, das ist auch genau das, was ich brauche, ne? Weil ich habe mir auch schon mal überlegt, ob ich mir noch mal das Mikrofon kaufe, was ich habe. Einfach als Reserve. Man weiß ja nie, ne? Und wenn ich jetzt irgends ein anderes habe und dann irgends jedoch nicht zufrieden bin, ist immer so eine Sache. So. Ich finde es halt schade, dass Genesis die Karte eigentlich total blöd ist, halt mit diesen in der Karte nochmal hin irgendwie supporten oder so. Oh nein, ich wollte nicht zwei. Scheiße. Ah, Basti. Wieso? Äh, wir machen nochmal oben drauf, weil ich hasse es, wenn das so, ja, gedrückt ist. Kann man das sagen? So gedrückt. Also für hier Falco und so, ich spiele wieder lokal, also wenn Leute fragen, hey, kann ich mitspielen, ne? Äh, nee, geht nicht. Geht einfach nicht. Ähm, endlich, ich bin aber im Moment, habe ich keine Lust, einen Server zu machen, weil da muss man sich wieder drum kümmern und, äh, und da habe ich im Moment keine Lust drauf. Ja, das ist einfach, ist so. Da habe ich persönlich im Moment keine Lust drauf. Und hallo, Wolfi, willkommen. Ich glaube, morgen machen wir wieder Pokémon-Voids. Ja. Ich habe leider keine Soundaufnahme von meinem alten Headset, aber es soll gut gewesen sein, denn von Niki kann ich einschätzen. Ach so, okay. Hm. Sagen wir mal so, wenn du Nikius, also vom Sound her, toll findest, ne? Und, ähm, dann hol es dir. Wie gesagt, ich habe ab so keine Ahnung. Oh, ja. Ich glaube, dieser Moment wird kommen, dass Leute einfach, die schreiben doch nicht mal hey, sondern, kann ich mitspielen? Frag Feiko, wie oft wir das hatten. Kann ich mitspielen? Genau. Wir hatten das so oft, hey, wie geht es, äh, ist dir so? Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe dir auch. Dankeschön. Nein, du darfst nicht mitspielen, Bastian. Das wäre witzig. Wir müssen mal Basti für Ark setzen. Irgendwann, wenn ich mir schon was aufgebaut habe, dann setzen wir Basti für Ark hin. Ja, das wäre witzig. Wir brauchen noch Dach. Das sind Dächer, naja, das sind Dächer. Boah, ich hasse Fasern. Oh, Mann. Die Leute, die auch Ark spielen, hast ihr auch Fasern sammeln? Ich hasse das so sehr. Darfst du nicht spielen? Nein, du darfst nicht mitspielen. Oh. Könntest du dich dran halten? Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du dich dran halten könntest. So. Ich bin so froh, wenn wir unsere Dinos haben und voll cool, coole Sachen bauen können. Das ist ja fast so schlimm wie, sind wir schon da? Oh ja. Die geht super, das ist schön. Das ist schön. Sind wir schon da? Wie lange dauert das noch? Das ist ja nicht schlimm, wenn Leute fragen, ob sie mitspielen dürfen. Aber man sollte wenigstens Hey schreiben oder sowas. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Oh Gott. Ich muss das Lagerfeuer. Habe ich Lagerfeuer gebaut? Ich habe das Lagerfeuer draußen gebaut, durch Gämmel. Wieso habe ich das gemacht? Weil ich habe die Nacht so gelassen. Welches ist dein Lieblingsdino in Ark? Oh Gott. Also, in Agitaris mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht, den kann ich auch relativ gut zähmen. Ähm, und dann, oh Gott, ich weiß nicht, wie der heißt. Der ist immer im Redwood. Der hängt an den Bäumen. Irgendwann mit Leo. Ähm, konnte man das nicht einfach so rüber tun? Nee, nee, das halbieren. Irgendwie auf einer Tasse konnte, oh, das war fallen lassen, das war das falsche. Hä? Warte mal. Ich wusste, auf eine Schnelltasse konnte man das rüber tun. Boah, das ist so lange her, dass wir abgespielt haben. Oh, okay, ich weiß wieder wie. So. Mach mal an. So, genau, den meine ich. Nein, die müssen schreiben, lass mich mitspielen. Und hey, genau, oh ja, der Aritao ist sehr cool. Ja, besonders. Ich finde die dann immer in den schönsten Farben, aber die haben dann ein Level von 5 oder so. Immer. Wo ich nur denke, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Aber ja, was will man machen? Ja. So. Okay. Hütte ist soweit fertig. Äh, nee. Am Anfang habe ich die schwarzen Beeren gegessen. Da habe ich mich gewundert, wieso ich tot umgefallen bin. Also nicht tot, sondern schlafend. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Oh, sollte man die Speere vielleicht mal unten in die Leiste tun? Das können wir fallen lassen, die Wand brauchen wir nicht. Okay, wir stellen noch ein paar Speere her und dann gehen wir mal gucken, ob wir ein paar Dodos finden, damit wir, ähm, Leder bekommen. Oh ja, das kenne ich. Und dann findet man einen in so ein Nutelangweilig weiß und der ist dann Level 130 oder so. Ja! Eben! Das ist wirklich jedes Mal so diese Standard-Dinger finde ich überall, ne? Und dann, ja. Ja. Ist halt typisch arg, ne? Also ich finde das dann auch ein bisschen blöd. Klar, man könnte sie sich halt umfärben, ne? Aber das finde ich dann blöd ein bisschen. Machst du die Frage vielleicht auch mal Abo-Jocken? Ich weiß nicht, was das ist. Was ist Abo-Jocken, Leute? Das hört sich jetzt mega doof an. Ich habe Beis, dass das jede Menge Leute manchmal einen Titel stehen haben oder so. Und ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Es hört sich irgendwie voll merkwürdig an, wenn ich das so sagen darf. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe dafür, ich bin einfach zu alt. Ich kenne diese ganze Jugendsprache nicht. So, was brauchen wir noch für Kisten? Holzlöch. Okay. Das ist, wenn du mit deinen Abonnenten zusammenspielst. Ach so. Also, arg wird das halt was schwer, weil ich habe ja keinen privaten Server, ne? Aber wir machen das ja schon mal bei Pokémon. Äh, Fallgeist könnte ich mir nochmal installieren. Dann könnten wir das zusammen zocken. Ähm. Wir machen am Freitag und Samstag auch Among Us. Da kann auch jeder mitmachen. Bis jetzt hat das immer super geklappt, dass da jeder mitmachen konnte. ist leider letzte Woche ausgefallen, weil ich mich einfach wie eine Oma gefühlt habe. Gefühlt. Ich weiß noch, damals, wo ich das erste Mal Rathenhorror gespielt habe, habe ich da ein Skelett gebaut. Und dann bin ich Richtung der Burg da oben gegangen und habe es bereut. Und hallo! Willkommen, Lightgirl, willkommen! So, wir könnten zu den Drops da hinten laufen. Naja, bei Ark hast du ja auch ein Angebot von mir. Ja! Aber du weißt, was ich meinte. Das ist halt, ich kann mich halt nicht jeden Tag um meine Pokémons. Oh, es tut weh. Es tut sehr weh. Äh, um meine Dinos kümmern und ich habe keine Fackel. Ich, oh, da sind, wisst ihr was? Ich vergesse das da hinten, das können wir wahrscheinlich sowieso nicht aufmachen. Dich kriege ich noch nicht rüber. Es tut mir leid. Hä? Schon tot? Also, ist schon kaputt. Und ja. Guck mal, besonders der Dodo, der hat ja jetzt eine sehr schöne Farbe mit dem Rot, ne? Das ist eine sehr schöne... Ähm. Ähm. Hä? Hä? Was? Wieso? Hä? Das war keine gute Idee, das war keine gute Idee, das war keine gute Idee. Ich wurde von einem Gutan umgebracht. Hatte ich auch schon mitgespielt, äh, bei irgendeinem Legitärm Pokémon. Ich glaube, das war... Ah! Das kann gut sein. Das machen wir morgen wieder Pokémon und, äh, ja, scheiße. Ähm. Ja. Äh. Das hat keiner gesehen. Pass auf, der ist zu stark. Ja. Ups. Ja. Äh, wenn der Hütterdruck voll ist, leben die Tiere auch ewig. Muss sie auch nicht. Ja, wir können ja mal gucken. Ich bin wenigstens bei meinem Haus und da ist ein... Oh Gott, warte mal. Wir laufen erstmal zu meiner Leiche. Ach, hör auf, sich so anzustellen. Es ist gar nicht kalt. Aber wieso läuft hier ein Rutan rum? Oh nein. Oh nein. Ah nein. Ach, ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Warte mal, die Kacke tue ich mal kurz weg. Das geht mir immer auf den Geiger. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das eben auch ausgerüstet gehabt. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Das ist von einem Event. Ah, okay. Die Viecher sind bei uns ausgestellt. Die nerven halt echt. Oh, die nerven sowas von. Das ist wieder auch da vorne. Was hat er mir geklaut? Oh, guck mal, Dodo Level 13. Leute, ich brauche Leder. Es tut mir leid. Ich muss mir ganz schnell ein Bett herstellen und Schuhe und Armsachen. Und Dodos sind einfach die leichteste Methode, um Leder zu bekommen. Ey, so. kann ich meine Leiche auch abbauen. Ging das? Okay, ich kriege dann auf jeden Fall Fleisch. Das ist gut. Ich muss sagen, ich vermisse halt meine Dinos von damals von dem Server. Die vermisse ich wirklich. Die waren cool. Die waren wirklich cool. So, dass man oh nein, da läuft so ein scheiß Vieh rum. das kriege ich niemals weg. Ich weiß auf jeden Fall, wir werden uns ein Vieh machen. Ich wollte gerade sagen, habe ich kein Fleisch. Damit wir später die Insel erkunden. Das kann da rein. Wir gehen mal ganz kurz in die Hütte. Okay, alles klar. Dankeschön. Voll cool. Ich bin halt alt. Ich bin wirklich alt. Glaub mir. So, Schlafsack. Leder habe ich braucht Fasern. Also Nacht und Tag Rhythmus habe ich einfach so gelassen, wie das Spiel das Standardeinstellung hat. Weil ich wollte halt nicht, dass es diesmal wieder so schnell vorbei ist. Und ich habe keine Passant Einstellung auf die Stelle gefunden. Die Truhthände, das meinte ich nicht. Ich meinte hier diese Dinger, die einen Säure ins Gesicht spucken. Das war da vorne nämlich einer. Oh, ich sollte meine Klamotten vielleicht anlegen, oder? Ähm, ich werde erstmal Punkte sparen, weil wir erstmal hier nur unsere Anfangshütte machen. Achtenfall, ich sorg kein Alter, was? Was? Ausrüsten, 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 so. Okay. Ich weiß, am besten bräuchten wir das Bett. Die können wir mal wegtunen. Brauche ich nicht. Die Kacke brauche ich auch nicht. Was ist eigentlich das jetzt hier? Das ist wahrscheinlich auch hier. Ängste, was von dem gilt sie, oder? Ich will das hier kein Namen geben. Annehmen. Ich hätte das vielleicht nicht in meiner Wohnung hier rauslernen sollen. Das war dumm. Egal. Hä? Wahrscheinlich, weil da Zeug im Weg liegt, ne? Okay. Wir haben zwei Drohnen. Da können wir ein bisschen drin lagern. Also. Mein Ziel ist es, bevor wir die Insel uns, also einen perfekten Ort suchen, wo wir bauen, dass wir uns ein Dino zählen, mit dem wir gut reisen können. Ein Para ist eigentlich relativ gut. Damit können wir auch direkt uns Bären farmen. Ne? Wir hatten ja schon mal einen Level 71. hier. Das wäre schon mal super. Ist zwar jetzt kein Dino, mit dem wir kämpfen sollten, aber für die Insel zu erkunden, eigentlich schon mal gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir diesmal uns in der Wüste niederlassen oder ob wir in den Wald gehen, also ein Baumhaus bauen. Ja. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Weil Wüste ist schon relativ weit von hier weg. Deswegen müssen wir mal gucken. Oder vielleicht da unten auf die Inseln unten links. Sorry, mein Spiel siehst du eigentlich auf der... Ne, auf der Playstation 5 spiele ich. Auf der Playstation 5. Kann ich euch sogar zeigen. hier. Das Spiel raus tappe. Das ist die Play, sie 5. Ich muss sagen, da läuft mega super drauf. Mega super deutsch. Da läuft da gut drauf. Gerade da was ein. Musste ich das mal privat anschreiben? Geht um was wichtiges. Oh Gott. Ich habe Angst. Tut mir leid, habe es im Titel nicht... Alles gut. Alles gut. Ich muss sagen, wirklich auf der Play... Boah, ich habe gerade gedacht, was ist das? Da läuft das mega gut. Ich bin eigentlich begeistert. So, also, Schuhe. Was brauchen wir da? Fasern. Ja, klar. Boah, ich hasse Fasern, ne? Nein! Leder lasse ich mal bei mir. Das tue ich mal da rein. Ich hasse Fasern. Ich will auch diesmal Dinos zähmen, die ich noch nie gezähmt habe. Das habe ich auch bei Crystal Island gesagt. Aber Angst, ich weiß nicht. Ich habe mich auf die Map so gefreut, wegen den Kristalldrachen. Aber Angst, die hat mir nichts zugesagt. Ich weiß es nicht. Wieso? Und dann hatte ich überlegt, okay, mache ich nochmal The Island oder Ratnerrock. Und weil wir damals hier so viele schöne Bugs hatten, habe ich gedacht, wir machen das hier nochmal. Ja, ist wirklich wichtig. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe Angst. So. Naja, das können wir fallen lassen, weil ich habe Fleisch. kann der andere sich nicht hier festbacken, dann können wir den später töten. Ich gucke mal, ob ich ihn auch eingebaut bekomme oder so. Nicht, dass er wegläuft oder sowas. Okay. Ähm. Was tun wir dahin? Wir tun, kann ich da Stroh hintun? Nein, kann nicht. Wir müssen nämlich auf den letzten Slot irgendwas blödes hinlegen, wenn wir wieder beklaut werden von Viechern. Okay, schreib dir mal. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe sowas von Angst. So. Also, zum Zähmen. Boah, ich weiß noch, damals hat man vor ewig gebraucht. Und jetzt weiß man, was man machen muss und ja. Okay. die brauchen wir auf jeden Fall. Bis wir die Betäubungspfeile haben, dauert das, glaube ich, bis Level 21. Ja, bis da. Okay, das ist dann keine Methode. Wir brauchen dann vorher den Knüppel. Den kann ich auch schon freischalten. Den kann ich auch schon herstellen. Habe ich noch Holz? Fasern und Holz. Einmal herstellen, bitte. Ich warte, bis das fertig ist, sonst den tue ich mal so lange da rein. Und so gesehen müssen wir jetzt einfach leveln. Bis wir halt diese Dinger herstellen können. Ich glaube, man brauchte Feuerstein dafür. und Leder. Also können wir schon mal Feuersteine sammeln. Und Leder. Also ein paar Dodos töten. Leider. Und hallo, willkommen! Willkommen! Oh, nein. Da weg. Ganz schnell weg. Wir können natürlich auch ein Flugdino direkt zählen, aber ich finde das viel witziger, wenn wir durch die Wildnis laufen. Das ist viel aufregender. Oder? Spielst du Offi? Ich spiele lokal. Ja. So. Okay, ich glaube, wir brauchen ein Leder dafür. Und um die gehen wir mal einen ganz großen Bogen. Und wir gucken mal, ob da hinten noch ein paar Dodos rumlaufen. Auf jeden Fall der eine schöne rote Dodo, aber den will ich nicht umbringen. Okay, die Schillkröte lasse ich mal weg. Oh Gott, da sind sogar zwei da hinten. Laufen wir da vorne hin? Oder ist auch ein Dodo? Level 30. Sag ich nicht, ich laufe einfach weiter. Mich bitte ignorieren. Oh. Und Hallihallo für was brauchst du? Leder. Ich glaube für, ich bin mir nicht mehr sicher, oder das ist auch so ein Scheißvieh, für die Dinger, die man wirft. Wie heißen die? Bruder oder sowas? Also, dass die netten kleinen Dinos nicht weglaufen. Ich habe zwar Leder, aber ich habe noch nicht das Level, um die die halt freizuschalten. Waren nicht auch hier diese kleinen Schultertiere? Habe ich irgendwie in Erinnerung? Oder war das woanders? Da hinten ist ein Dodo. Achso, ich habe gerade gedacht, das sind diese Dinger, die immer so schreien. Ich glaube, man brauchte doch Leder, Feuerstein, aber boah, ich weiß es nicht mehr, das ist so ewig her. Was ist Level? Oh, komm, 24. Oh, hallo, was bist du denn für ein hässliches Vieh? Level 71? Ja, okay. Ich glaube, mein Schaden ist noch was hoch eingestellt. Da muss ich später mal gucken. Da sind auch noch welche. Wo ist es? mit Rotan greife ich auf keinen Fall nochmal an. Oh, ich wünsche, ich wäre jetzt ausgelevelt. Dann könnte ich das mal ausprobieren, ob da was passiert. Soll ich dir einen Tipp geben? Nee, musst du nicht. Alles gut. Dankeschön. Musst du nicht. Ich glaube, über fast 700 Spielstunden in Ark ist man kein Anfänger mehr. Ich habe letztens gedacht, so, was, so viele Stunden? Lass mich verarschen. Und Ark ist sowieso ein Spiel, was jeder anders spielt. Okay, wieder ein Level ab, das ist gut. Wie ich liebe es einfach, in Ark zu bauen. Das liebe ich einfach. So, ah, da sind sie. Okay. Ah, gar keine Feuersteine. Ich habe gelogen, aber dafür Fasern. Und den Sattel brauchen wir. Okay, dafür habe ich aber keine Punkte mehr. Ist aber nicht schlimm. Okay. Dann sammeln wir mal ein bisschen, oder? Und hallo, es willkommen. Ich weiß, wie man Metallsachen bekommt. Wo lang? Ich glaube da vorne. Glaube ich. Ist aber auch eine schöne Stelle hier, ne? Aber ja, ich zocke es auch, aber ich zocke auf Sabada, was ich immer was? A-H-L-F-A. Was? Also wir hatten ja auch mal einen Server. So ein Community Server. Und hat Spaß gemacht. Aber ich zocke auch für mich einfach so vor mich hin. Oh Gott, Gara, das Typ schreibt immer noch. Ich habe Angst, was er da ähm äh, ja. Mir schreibt. Oh, nein, das war doof, das war doof. Ich lebe noch. immer der Alpha. Ah, okay. Okay. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Habe eine Frage. Kann man Shiny von Pokémon Go im Pokémon Schwert und Schild als Shiny bekommen? Wenn nein, ich habe in GTS die Shines bekommen. Was? Also, du kannst halt, wenn du bei Pokémon Go ähm Pokémons hast, die kannst du halt mittlerweile auf Pokémon Home übertragen. Aber dafür musst du irgendwie dann Punkte haben und Chinese kosten sehr viele Punkte. Ähm Warte mal. Ich habe nicht genug Fasern. Ach, pff. Äh, ja. Also, du brauchst sehr viele Punkte. Also so gesehen kannst du die rüberholen. Du kannst dann halt alle Pokémons, die es mit Pokémon Schwert und Schild gibt, dann von Pokémon Go auf Pokémon Home tun und dann von Home auf Pokémon Schwert und Schild. Das kannst du. Das ist kein Problem. Normalerweise schon. Aber wie gesagt, man hat da irgendwie so eine Punktanzahl, die man halt erst eine Woche lang aufladen muss und sowas. Und Level 40 brauchst du. Achso, später. Das weiß ich nicht. Bastian. Oh, ich hole wieder so ein Vieh. Oh nein! Ich hasse es. Aber der hat zum Glück nur Bären geklaut. Ja, ich muss auch den letzten Dings was tun. Achso, wie habt ihr geschrieben und bitte nicht vorlesen, weil es ist echt wichtig. Sowas wie... Wahrscheinlich geht da gleich sowas wie... Äh, der Himmel ist blau. Wusstest du das? Liebe Grüße. Ne, ich lese das gleich nach dem Stream auch. Ich lese das gleich. Ja, ein bisschen Stein sammeln. Nein! Da bekommst du keine gehackten Pokémons. Auf keinen Fall. Weil, ähm, sobald man gehackte Pokémons halt auf Pokémon Home tut, ähm, greift Nintendo schon ein. Also, das geht nicht. Also, da brauchst du keine Sorge zu haben, dass du da... Du kriegst darüber keine gehackten. Weil, äh, ja. So, hab ich jetzt viele Sachen? Das brauch ich, das brauch ich. Ich weiß nicht genau, was ich mir brauch. Ich hab alles einfach... Ne, ne, kannst du nicht. Das kannst du nicht. So, acht. Okay, wir brauchen eindeutig mehr, weil dieses Vieh weglaufen wird. Und ich werde fluchen. Ich glaube, wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie einbauen können. damit das halt mir nicht entwischt oder so. Wird zwar Materialienkosten, ist aber nicht schlimm. Es ist wichtig. Eine wichtige Sache. Oh Gott. Viel Spaß beim Spielen, Metz. Dankeschön. Werde ich haben. Wir werden heute auch nicht allzu lange machen, weil ich auch relativ müde bin. Aber so den Anfangsstart machen wir heute auf jeden Fall. Fasern fehlen uns. Okay. Ich tu die mal wieder hier rein, besonders diese Dinge. Dann sammeln wir Fasern. Das kann einfach mal weg. Die Kacke. Wir brauchen Fasern. Wie das so ist. Und ich muss gleich was trinken. Sonst sind wir tot. So. Das ist immer noch so cool. Bei der Playstation 4 hat man bei Ark hat man immer gedacht, die explodiert gleich. Und jetzt höre ich gar nichts. Das macht mir Angst ein bisschen. So ein bisschen aber nur. Ja, du sollst bitte das mitnehmen. Danke. So, ich lasse mal die Bären wieder fallen. Können sie bloß noch kein Narkosemittel herstellen. Aber wann können wir Narkosemittel herstellen? Das müssten wir doch eigentlich auch bald schon können, oder? Da. Narkosemittel. Dann... Okay. 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 Aber ich glaube, ich habe zwar das Zähm höher gestellt, damit das hier nicht so ewig dauert. Mal gucken, ob wir schon am Anfang Narkosemittel brauchen oder nicht. Müssen wir mal gucken. Müsst du eigentlich viel genug... Schon genug Fasern haben, oder? Okay, kommt. Ja, dann muss ich mir das da vorne einbauen, ne? Wir brauchen nur einen. Weil die da festhängen. Vielleicht hängen die nächstes Mal auch noch da fest. Mal gucken. Vielleicht bauen wir die auch heute noch ein. Ich mache lieber ein paar mehr von denen. Können noch vier machen. Dann habe ich kein Stroh mehr. Okay. Ich habe gerade nur den ersten... Äh, was? Okay. Äh... So. Äh... Äh... Oh, ich wollte gerade sagen, kann ich mich nicht mehr bewegen. Und hallo, Niki. Oh, willkommen. Ich überlege wirklich, ob wir die beiden hier... Weil ich hätte gerne den Level 71er. Oh, hallo. Wer bist du denn? Weißt du, das Level bist du? Oh, Level 8. Sei mir nicht böse, aber Level 8 ist einfach nur low. Oh, schau mal, wie der aussieht. Oh, ich bin... Also, wir bauen die jetzt ein. Ich werde jetzt einfach Strohdinger drumherum bauen. Und ja. Und danke schön für den Abo-Killer-GG33-Ausraster. Dankeschön. Willkommen. Willkommen. Und sehr, sehr, sehr viel Spaß hier. Okay, wir bauen die jetzt ein. Kommt. Wie gesagt, ich vermisse... Ich vermisse mein Zähmungsgehege, wo ich alles hingebracht habe damals. Alles. Oh. Ähm, ja. Das ist scheiße. Boah, ich brauche Stein. Boah, ich hätte jetzt auch gerne Kekse. Ich werde mit euch... Sobald ich die einbaue, sind die frei, oder? Und, Leute, freut ihr euch schon auf Weihnachten? Überlegt... Also, ich habe... Für nächste Woche auch schon den Plan. Da habe ich auch früh außer Samstag. Dann muss ich bis 18 Uhr arbeiten. Und darauf die Woche ist schon Weihnachten. Voll krass, Angesie, oder? Was brauche ich für die Dinger? Oh, ich hasse Fasern. Okay, die ignoriere ich mal jetzt da hinten. Ich bin froh, wenn wir unsere Dinos haben, die für uns Fasern sammeln. Wenn dann, dass ich musste ja den Spielstand ja hier löschen, damit wir neu anfangen können. Das hat mir schon ein bisschen im Herz weh. Aber ja. Ja. Oh, da sind neue Dinos. Hallo. So. Ich brauche halt das Leder, Leute. Es tut mir leid. Wo ist der andere? Da vorne? Ich werde dich einholen. So. Okay. Ich gehe mal kurz ins Wasser. Ich muss was zu trinken holen. So. Nein, die armen Tiere. Das ist der genaue Sinn der Sache. Man muss sie töten. Ich finde es immer total blöd, wenn die Leute sagen, oh, die haben Doros. Aber beim Ernst. Wer legt sich am Anfang von Ark mit sowas hier an? Das wird witzig, wenn ihr Leder braucht. Das wird witzig. Glaubt mir. Ich habe damals bei The Island, da liefen an meiner Basis zwei langen Hälse rum. Und das war so nervig. Ich glaube, jeder, der Ark spielt, weiß, was ich meine. Dein ganzer Bildschirm wackelt die ganze Zeit nur. Das ist mal aus Spaß. Hey, piekst den einen doch einfach mal an. Das war keine gute Idee. Das war absolut keine gute Idee. Aber ja. Ich habe es überlebt. Weil ich schneller war als die. Ich baue die jetzt ein. Ich baue die so ein. Wünsche, ich hätte hier meine... In die Leiste unten tun. In die Leiste. So, es wird jetzt ein bisschen dauern. Wir müssen halt gucken, dass wir eine Wand noch hinmachen. Aber ja. Äh, was brauche ich noch? Fasern, oder? Nein, Holz. Was? Ich hatte auch überlegt, heute erst, weil ich unbedingt Spider-Man weitermachen wollte. Ob ich nicht Spider-Man einfach streame. Auch wenn ihr nicht wisst, was in der Story passiert ist. Aber ich habe es doch gelassen. Ich habe am 26.12. Geburtstag. Oh, das ist doch schön. Das ist schön. Wie alt wirst du denn? Willst du mich verarschen? Das kann ich nicht da setzen. Das finde ich nicht in Ordnung, ne? Ich hasse Ark für seine Bauweise. Ist das, weil der Stein da liegt? Ich glaube, nein. Danke, Ark. 13. Oh, wie süß. Okay, ich muss was loswerden. Ich werfe mal kurz meine ganzen... Bären, ab wie ich es nicht brauche im Moment. Oh, ne. Die fliegen jetzt hier in der Luft. Warte mal. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ich habe keine Lust, hinter die her zu laufen. Deswegen baue ich die ein. Wobald ich zähmen kann, zähmen wir die. Okay. Ich kann das nicht hier hinbauen? Wieso? Da geht das? Ark halt, ne? Wieso wundert mich das? Fasern. Natürlich brauche ich Fasern. Ich brauche Fasern. Sollte vielleicht auch mal Sachen wegtun. Ich bin irgendwie überladen. Ich weiß, ich habe ein Level up. So, weg damit. Am 22, wo willst du lokal? Genau. Genau. Ich habe immer so Phasen halt, ne? Da habe ich mega Lust auf Ark. Und dann mache ich halt immer so eine Staffel, ne? Und dann ist wieder Pause. Und dann kommt wieder mal... Wir hatten auch mal einen Community-Server. Ähm. Aber was... Wo halt kaum Leute dann mitgemacht haben. Ich kann nur eins bauen. Weil Stroh fehlt. Natürlich. Gefühlt wird immer irgendwas, oder? Wieso markierst du dich selber? Du hast eben Ark? Was? Was? Leute. Ja. So, man kann sich selber markieren. Klar geht das. Klar kann man sich selber markieren. So, das geht. Das war klar. Aber das geht so. Haha. Ist das jetzt ein blöder... Ernst, du Scheißvieh? Nein! Ich wollte dich nicht treffen. Es tut mir leid. Oh, ich bin jetzt tot. Kommt. Oh, mir ist aber auch schon mal passiert, dass ich mich sehr... Ich glaube, mal vier Tage. Okay. Ja, komm. Töte mich. Komm. Töte mich. Töte mich bitte. Danke. Ich wollte das Vieh nicht angreifen. Ich wollte dieses Vogel etwas... Ähm. Ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ähm. Oh, ich muss einen neuen Schlafsack machen, ne? Wir müssen an den Schlafsack denken. Wundfrieden. Ja. Ach, Mann. 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 Oh, jetzt habe ich wieder diese ganze Scheiße, dass man nicht ausstellen kann, ne? Ich will die Kacke nicht mehr haben. Oh, ich weiß nicht, was das Ding bringt. Oh. Nein, ich will dir keinen Namen geben. Reif mich nicht viel an. Wo ist meine Leiche? Oh, danke schön, Nikio. Dankeschön. Voll lieb von dir. Ich habe keinen Kopf mehr. Danke, Nikio. Das kannst du aufstellen. Ja? Wo kann ich das denn aufstellen? Mir können wir einfach sterben. Ja. Danke, Nikio. Voll lieb von dir. Ja. Ich wollte das blöde Vieh nicht angreifen. So. Du bist reich? Ja, da kann ich mir jetzt ein Eis von kaufen. Danke schön. In den Optionen. Ah, okay. Nein. 3, 33. Nicht 3, 33. Ich hätte Nikio was anderes erzählt, hätte der das gemacht. Dann hätte ich immer gefragt, so, was kriegst du bitte als Taschengeld? Da muss ich aber mal gucken. Das geht mir so auf den Sack, dass immer diese tollen Sachen kommen. Ich will das hier zumachen. Wieso geht das nicht? Nein, das war nicht der Plan der Sache. Natürlich auch noch der. Ach, Mist. Ich habe gedacht, wenn wir die einbauen, kannst du bitte zurückgehen, kann ich hier ganz schnell Dings. Halt Dings. Wisst ihr, was ich meine? Ah, okay. Gut zu wissen. Danke. Kannst du jetzt auch machen. Ah, okay. Okay, dann müssen wir die doch auf altmodische Art dann hinterherlaufen oder so. Mist. Ich weiß ganz genau, der wird sich wieder befreien und dann darf ich da hinterher. So. Habe ich noch Leder im Inventar? Ja. Weil ich muss ein neues Bett herstellen. Dann mache ich aber noch ein, mache ich noch mal zwei Knüppel, weil die werden kaputt gehen. Äh, von dem Geld kannst du dir jetzt einen Döner kaufen. Das stimmt. Das stimmt. Danke, Nikio. Was, Nevi? Wie kannst du Döner kaufen? Also, ich. Ah, wie geil. Dankeschön. Wir gehen zurück. Die Kacke kann ich jetzt fallen lassen. Mein Plan hat ja nicht wirklich funktioniert. Mann. Das ist wirklich hier, wenn man mit einem Profi spielt, ne? Also, ähm, ja. So. Wir legen meinen Schlafsack wieder hin. Ich, äh. Äh. Ah, na, 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 na. Essen. Ja, Essen. Okay. Ähm. Ich weiß ganz genau, dass ich das nicht hinbekomme. Wir machen erstmal den Sattel, würde ich sagen. Habe ich noch Punkte, um den Sattel zu machen? Ja, ich habe eindeutig noch Punkte. Äh, Parosaurus. Und dafür brauchen wir Leder, Fasern und Ingram. Seit wie vielen Swims ist das jetzt, ne? Äh, nee. Oh Gott. Ähm. Ich habe schon ein paar gehabt. Ein paar habe ich schon. Aber die letzte ist bestimmt schon so einen Monat oder so her. Ja. Ich hatte das auch eine Zeit lang immer, ich hatte ja mal diese Einblendung unten, aber die habe ich ja entfernt, weil, ich weiß nicht, mich persönlich stört das. Ähm. Ähm, ja. Ja. Nein. Ich brauche ergens die Dodo. Oh. Ich habe das gesehen, oder? Ich habe nicht gesehen. Ja, und die Bauweise von Ark und sowas von. Die Bauweise von Ark ist sehr speziell, könnte man sagen. Da bin ich schon ein oder anderes Mal dran verzweifelt. Ja, bei uns kostet der Döne auch 4,50. Aber, ähm, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Die Döner, ja. Nico hat mir 3,33 Euro gegeben, damit ich mir einen Döner kaufen kann. Der kostet 4. Hast du gehört, Nico? Der hat mal aber die 1,20 gekostet? Hä? Was? Bei ihm hat mal ein Döner 1,20 gekostet. Das ist doch bestimmt, dann bin ich gleich. Weiß ich nicht. Oder so vor 200 Jahren. 1,20 für den Döner? Ich glaube, so wo es anfing war, so 3,50 oder so. Ich brauche Dodos, Leute. Ich habe keinen Bock, mich jetzt hier mit einem großen Dino anzulegen. Mit meinen netten, äh, Sperren. Nein, er meint. Ja, immer am Montag. Ach so, das ist immer so ein Angebot. Ja, das ist dann auch gut. Oh, kein Troutan mehr. Hier habe ich mal gebaut. Vielleicht können wir auch mal was Cooles hier beim Skelett bauen. Im Kreativmodus. Ich wollte das jetzt extra nicht zubauen mit unserer Anfangshütte. Wie ist das Level bist du denn? Level 79, okay. Aber der Laden musste fließen. Oh, das ist blöd. Ich muss sagen, Ratna Rock ist eine der schönsten Karten. Oh, Ausdauer ist weg. Ich habe keine Ausdauer mehr, Leute. Bei den Preisen kein Wunder. Ja, ich denke mal eher, dass es an Corona lag, oder? Nicht bei den Preisen. Weil wenn die ja so einmal, also Anfang der Woche so ein Angebot haben oder so, ne? So, ähm, Döner-Tag oder sowas. Dieses Vieh macht mir Angst. Das ist ja der neue Dino, der dann für die neue Karte kommt. Ne? Dankeschön, Garados-Tief. Nein. Hast du dir jetzt wirklich deinen Namen umgeändert? Dankeschön. Krieg ich aber zwei jetzt hier. Dankeschön. Oh, ihr seid voll lieb. Mega lieb. Aber behaltet lieber euer Geld für euch. Und kauft euch schöne Sachen. Ich kaufe nur Süßigkeiten. Besonders, ich habe nächste Woche Dienstag frei, Leute. Und dann, und nächste Woche Dienstag kommt Temtem. Hm, was machen wir dann da wohl, hä? Ne? Du warst das nicht, was? Achso, ne, das war Nikio. Wieso stand der Garados-Typ dann? Hä? Danke, Nikio. Ja, das reicht jetzt für drei. Dankeschön. Die nächsten drei Döner gehen auf dich. Ich habe das Geld geschenkt, Frau, dafür, dass ich ein Video schneide. Och, Nikio, dann kauf dir doch lieber was Schönes dafür. Du musst mir doch nicht dein Geld angeben, weil du ein Video schneidest. Du kennst meinen Nachnamen? Den habe ich nicht. Hä? Meinen Nachnamen? Achso, die hast du gar nicht gespendet. Achso, ich habe gerade gedacht. Okay. Äh, wer das auch immer war. Dankeschön. Danke. Danke schön an den Garados-Typ, der nicht unser Garados-Typ ist. Ja, danke, Pepe. Achso, du warst das doch. Achso. Ja. Ehrlich, das gibt mich nicht. Wir stehen auch nicht im Telefon. Oder so. Und, äh, ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal Basti's Nachnamen so unauffällig im Stream gesagt. Geh weg! Geh von meinem Haus weg! Ach, ja. So. Jetzt muss ich mir ja gleich ja doch einen Döner holen gehen, ne? Ähm, okay. Was wollte ich denn jetzt? Mann, Leute, was wollte ich denn? Achso, ich wollte hier den Sattel herstellen. Dafür brauchen wir 80 Leder. 18 Uhr. 18 Uhr. Ja. Ja, ich will noch gucken, dass wir den Sattel herstellen. Den will ich auf jeden Fall noch herstellen. Heute. Ja, ich werde heute auch nicht allzu lange machen. Weil, ich bin müde. Heute ist der Spendentag. Ja. Achso, nee. Okay, wartet mal. Samstag kann ich gar nicht streamen, weil da dieses Spenden-Stream von Kronk ist. Das gucke ich jedes Jahr. Also Samstag doch kein Among Us. Aber Freitag auf jeden Fall. Und vielleicht dann immer noch ein bisschen fragen, ob das Donnerstag okay geht. Dann Donnerstag und Freitag. Weil das will ich auf jeden Fall gucken. Und dann streame ich auch nicht, weil, ähm, die Leute sollen dann lieber da gucken und, ja. Äh, ich finde deine Stimme süß. Danke. Ich werde wieder rot. Ich brauche Donus. Äh, das ist mir ja egal. Wollte nur sagen, da fällt vor, ihr mir verraten habt. Waaaaat? Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Oh, der ist auch schön hier vorne. Der ist hübsch. Ob ich mir den Sattel machen könnte im Level 27? Äh, ja. Ich sag mal nichts dazu. Ich brauche ein paar Dodos. Ich, äh, schleim in der Luft. Hey, kennst du mich noch, Lena? Äh. Äh, ja, klar. Nee, mir sagt gerade dein Name nichts. Tut mir leid. Gerade überhaupt nichts. Ich würde jetzt wirklich, ich auch. Ja, ich gucke das jedes Jahr. Das fühl mir gerade ein, wo, äh, Niki Spendentag sagte. Und, äh, ja. Und deswegen, Samstag wird nicht gestreamt. Weil ich dazu gucken will. Deswegen, genau. Deswegen will ich auch gucken, dass ich die restliche Woche dann, ähm, ein bisschen mehr streamen. Ja. Hier laufen aber viele Brutane rum. Oh, da hinten sind Dodos. Meint ihr, das geht gut? Nein. Oh, das ging gut. Ich habe nach hinten den Links gedrückt. Und, hallo, Romoshan. Bitte Deutsch schreiben. Und, hallo, Duzi. Wie, äh, weißt du, noch merkt die 100-jährige Eier. Oh, boah. Ja. I, 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 i. Das hätte ich niemals gegessen. Niemals. Boah. Ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr läuft. Wegen jetzt Corona. Ich habe schon gedacht, die müssten das ausfallen lassen. Oder halt, äh, ja. Wie nennt man das? Ja, dass die alle zusammen streamen. Und dann nur so Sachen spielen halt. Wir haben auch letztes Jahr hier das Cyberpunk-T-Shirt gekauft. Äh, weil ich es so cool fand. Was haben wir uns wirklich gekauft? Hier ist Assassin's Creed. Das finde ich jetzt nicht so cool. Aber das Cyberpunk, das war mega. Äh, da, 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 da. Hab jetzt bei Assassin's Creed einen Miau. War? Oh, der ist ja hübsch. Ah. Ah, den will ich haben. Aber das, oh. Wieso sehe ich immer die coolsten Dinos, wenn ich noch nichts kann? Ah. Hat nur Hallo in die... Ah, okay. Ja, aber trotzdem. Dann soll man in Klammern dahinter vielleicht dann schreiben. So, das ist Hallo in dieser Sprache oder so. Oh, killen. Bist du verrückt? Nein. Ich hoffe, letztes Jahr den Cyberpunk-Hoodie. Oh, wie cool. Cool. Also ich hab das hier mit dem Logo. Basti hat das, wo halt die, ähm, wo alle drauf sind. Nicht geholt. Hier von Cyberpunk. Hab ich mir was geholt? Äh, ja, hier von, äh, hier von dem Spenden Stream letztes Jahr. Ja, ja, natürlich. Das ist die schön. Ja. Ja. Aber, äh, die Assassin's Creed Sachen finde ich diesmal nicht so schön. Leider. Ja. Aber ich fand das toll, dass die diesmal halt, also letztes Jahr, die eine Million Euro Marke geknackt haben, ne? Ich weiß noch damals das erste Mal, wo die dann 100.000, ne, gehabt haben. Und wo die dann im Plan waren. Und dann ein paar Jahre später eine Million. Also ich glaub nicht, dass die das noch toppen können. Besonders jetzt mit Corona und so, ne? Aber wäre schon cool, ne? Wenn die jetzt noch mehr holen würden. Äh, hier. Ja, letztes Jahr haben die ja die eine Million Euro, äh, Geistersgrenze geknackt. Das war, das war cool. Ich hab immer noch keine Dodos. Das, bei den Dingern lohnt sich das nicht. Komm, ich versuch es einfach. Weil die laufen halt weg. Na, komm schon. Aha. Oh, wir müssten jetzt 80 Leder haben. Wir müssten es jetzt voll haben für den Sattel. Ha. Ich bin so gut. Ich muss gerade sagen, greift das für mich jetzt an. Das wär neu für mich. Also, Basti, Samstag streamen wir nicht. Ja? Samstag streamen wir nicht, weil er ja das dann ist. Also wenn, dann Donnerstag und Freitag am Mongas. Dann Freitag nur. Oder halt so. Ah, nee, Sonntag kann gar das Typ, glaub ich nicht, ne? Im Notfall müssen wir es halt darauf die Woche machen. Aber hab ich total vergessen. Okay, wir können jetzt den Sattel herstellen. Level 33. Was soll ich mit Level 33? Heißt es da früher NH? Okay. Sag mir gerade auch gar nichts. Seid mir nicht böse, aber... Ja. Also, seid mir wirklich nicht böse, Leute. Aber ich kann mir nicht jeden Namen merken. Besonders, wenn man dann mal da ist und dann wieder eine sehr lange Zeit nicht oder so. Aber ich glaub, das hätte jeder von euch. Und ich weiß, dass jetzt sowas kommt wie Nein, wir nicht. Wären die nicht so lahm, würde ich so einen zähmen. Aber, ähm, ja. Ich krieg immer einen auf die Fresse von denen. Okay. Wir können jetzt den Sattel herstellen. Den... Ja. Ist klar. Na... Was ist das? Hä? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist, aber ist egal. Was brauche ich? Leder, Holz, Fasern. Ich könnte sagen, dass wir wirklich Fasern haben. Nun so, du bist die erste Person, der ich was... Ah, okay. Dann fühle ich mich geehrt von dir. Danke, Nikiho. Das ist lieb von dir. Aber wieso kannst du dir das nicht merken? Geht ja gar nicht. Ja, nicht schlimm. Ach, komm. Ich wusste, dass ihr wieder sowas macht, ne? Ich mach nochmal einen Schlafsack. Und noch ein... Ne, zwei Knüppel. Ist immer besser. Ich überlege, ob wir das jetzt versuchen sollen zu zähmen. Mach ich hier mal zwei mit. Ich guck mal, ob ich noch von den Dingern verherstellen kann. Da kann man mitmachen. Äh, ne, ich will lokal. Da kann man nicht mit anderen zusammenspielen. Also man kann schon, aber man kann, glaube ich, nur 150 Meter weit entfernt von dem anderen sein. Ja. So. Das tun wir da rein, da rein. Okay. Ich tue erstmal die Sachen lagern, die ich gerade nicht brauche. Also keine Sorge, wenn wir unsere richtige Hütte haben und die so ist, wie ich sie möchte, wird das auch ein schönes Lagersystem bei uns geben. Ne, ich nehme mal drei mit, weil ich habe Angst, dass sie kaputt gehen, bevor ich den bewusst losgeschlagen habe. 300 Meter. Ja, aber 300 ist ja auch nicht gerade viel, oder? So. Ähm, ich sammle mal erstmal ein paar Bären. Wo ist es? Oh nein. Nein, 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 nein. Du dummes Vieh. Ich hasse dich. Gib mir meine Pferden wieder. So. Die sollte man überall ausbrennen können, oder? So. Hätte ich jetzt was Nützliches gehabt, hätte der mich das jetzt geklaut. Oder sollen wir warten? Ne, bis es hell ist, dann dauert das zu lange. Weil nachts kommen immer die Bösen. Also mit dem Einbauen hat ja leider nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. So. Okay. Das wird jetzt witzig. Das weiß ich jetzt schon. Ihr werdet euch gleich kaputt lachen. Ich kann das ja gar nicht, ne? Ich mach das lieber mit Pfeil und Bogen. Aber bis wir die haben, dauert das. Das ist kein Paar. Wo sind denn die beiden jetzt, die wir hier die ganze Zeit hatten? Sind wahrscheinlich schon hinterm Mond oder so. Cool. Headset ist bestellt. Cool. Ja, Falko, ich weiß nicht, ob du gerade zugehört hast. Samstag werden wir doch kein Amorongas machen. weil mir da was eingefallen ist. Ich hasse dich, du blödes Vieh. Ah, Mann. Warte mal. Wir tun dann direkt die nächsten Bären hin. Hey, wie geht's? Mir geht's gut. Ich hoffe, die auch. Es war so typisch, ne? Jetzt, wo ich die zählen will, sind die weg. Ich glaube, er hat das Headset bestellt, was du hast. Er meinte nämlich eben sowas, dass er sich das auch kaufen will. Ja. Was hast du für Dinos so? Noch gar keine. Wir haben heute neu eingefangen. Ich glaube, das sieht man auch an der Ausrüstung. Oh, ich höre wieder so ein blödes Affen-Ding. Guck mal, da hinten ist einer. Wehe, das hat das Level 5 oder so. Haupt keine Headset mehr. Oh, ich auch nicht. Ich habe mein Mikro. Oh, nee, da sind die da. Oh, nee. Okay, das können wir vergessen. Da laufen diese kleinen... Och, nee, ich hasse diese Viecher, ne? Na? Und? Ja. Wir machen das mal weg, damit ich das Leder bekomme. Haha. So. Das läuft vor was weg? Vor was läuft es weg? Oh Gott. Es jagt uns, glaube ich. Ich laufe mal da hinten hin. Ich weiß es nicht, was er... Er hat keinen Namen gesagt, was er gekauft hat. Er hat nur gesagt halt, dass er überlegt, sein altes zu holen, was er jetzt hatte. Oder halt das, was du hast. Nee, ich habe noch kein Narkosemittel. Nee, nee. Zwei Hamburger verdrückt? Du hast immer noch Hunger. Wah. Sag bitte keine Dodos. Nee, Dodos werden umgebracht. Ich brauche doch das Leder. Wieso sollte ich Dodos sagen? Oh Gott. Und danke schön für dein Abo und herzlich willkommen hier. Herzlich willkommen. Gott, nee, nee. Ich habe mal eine Dodofarm gebaut, aber nachdem ich gefühlt alles schon hatte. Ich weiß genau, wenn ich das jetzt angreife, damit es weg ist, habe ich hier Krieg. Ich wollte mir einfach einen Parazam und mit dem wollte ich dann mir einfach eine coole Location suchen. Das war mein Ziel. Bisschen knapp. Boah, hier reden alle von Essen her. Da kriege ich auch Hunger. Komm, lass uns mal in die andere Richtung gucken. Das wird sowieso mit dem Paran nicht klappen. Ich brauche wirklich Narkosepfeiler, aber das dauert so lange. Komm, wir versuchen das einfach. Mehr als mich blamieren, kann ich nicht. Hol dir erstmal ein... Was soll ich mir holen? Ein Gilo? Nee. Ich will einfach mir ein Parasaurus holen, damit ich damit halt... Ist halt nicht das beste Nuschchen, ne? Aber damit können wir dann später erstmal Bären farmen, sobald wir eine... einen guten Platz zum Wohnen gefunden haben. Und dann geht es los. Ich hätte natürlich am liebsten schon einen Flugdino, aber bis wir einen Sattel haben, dauert das ja eh nicht. Level 71. Es wird sowieso wieder fliehen kommen. Okay. Ich habe das sehr lange nicht mehr gemacht, ja? Und ich weiß, wir sollten eigentlich Dings haben. Ich hau einfach drauf, Leute. Ah, den Sattel habe ich schon hergestellt. Den habe ich schon hergestellt. Oh, das Vieh hat mir einen Knüppel geklaut. Scheiße. Ich sag euch, bin da drin nicht gut. Haha. Das dauert zu lange, wir müssten Dings haben. er kostet 80 Liter. Ich weiß, wir haben das aber schon. Wir hatten bei uns sehr viele Dodos. Die jetzt nicht mehr leben. Ja, ich habe es. Haha. Okay. Geben wir ihm Nahrung. Okay. Wir ansammeln. Falko, am Samstag wird kein Amongas gemacht. Ach Mann, hörst du wieder nichts zu? Ich finde das immer sehr witzig, ne? Freitag meinte ich. Ich hoffe, dass das klappt. Er meinte Freitag. Ja. Ich hoffe, du trinkst da drin nicht, mein Lieber. Das ist eine sehr schöne Farbe, aber Level 8. Ich bin doch da, der nicht aufpassen muss. Ja, eben, Niku ist derjenige. Äh. Nein. Nein, eben nicht. Eben nicht. Ich muss das in Chat mal hochscrollen, weil ihr habt nämlich Sachen geschrieben in der Zeit, wo ich hier mein... Er ist nicht schön. Er ist wirklich nicht schön. Aber ja. Ich erhole mir immer erst ein... Äh... Dann... Gute... Da ist da irgendwo ein guter... Oder ist denn dann auch... Heftige Dinge. Ja, ARK ist halt so was wie... Da kann man... Kann jeder so machen, wie der will, ne? Also, ich bin halt eher so, ich baue ein ARK total gerne. Und... Ähm... Ja. Und erst mal Halle an alle, die reingekommen sind, die ich überlesen habe oder so. Es tut mir leid. Aber wie gesagt, ARK ist halt so was. Ne? Jeder baut... Jeder spielt es anders. Oh, ich wollte dich nicht hauen. Es tut mir leid. Ich habe ein Level abgezogen bekommen. Ne? Bei mir passieren so was. Das war mir ja kein Deutsch. Ist egal. Aber ja. Ja. Ich habe noch nie so einen Bosskampf gemacht, weil ich meine Dinos nicht opfern will. Ja. So. ARK ist bei dir immer so entspannend anzusehen. Dankeschön. Ich glaube, für mich ist das manchmal nicht so entspannend, weil ich an so... so ein paar Dinos hier zähme oder so. Ich denke mir jedes Mal so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann nicht blamieren, weil es ist ja... Es ist wirklich so. Ich weiß, man kriegt mit der anderen mehr Leder, aber ich habe jetzt keine Dings dabei. Äh, es ist immer so... Es ist egal, wie man es macht. Andere machen es anders und es ist halt nicht gut genug. Das ist halt immer das Problem bei ARK, aber es interessiert mich nicht. Wenn ihr etwas liest und dann das sagt oder tippt... Ne, das kenne ich nicht. Wie der... Ja, ich hatte mal überlegt... Aber wie gesagt, ich denke mir immer so die armen Dinos, ne, ich hatte mal überlegt, dann welche zu erschieten, nur einfach mal zu wissen, wie das so ist, ne, wenn man so einen Bosskampf macht. Ähm... Ja. Was fühlt sich denn auch wieder falsch an? Mal gucken. Mal gucken. Ich habe mir jetzt auch noch bei Kain angesehen, wie man so einen Bosskampf irgendwie das aussieht, weil ich mich da nicht spoilern drin will. Wir haben es fast. Wir haben es fast. Hätte ich ihn nicht geschlagen, hätte der mehr Level dazu bekommen. Und ich wette mit euch, er geht drauf. Der wird sowas von drauf gehen. Der wird sowas von drauf gehen. Machen wir ungefähr 10.000 Schaden. Oh, okay, cool. Cool. Ja. Ich habe auch noch nie, also ich habe zwar schon mal so ein paar Dinos ausgebrütet oder so, aber noch nie so halt so richtig gezüchtet, dass man sagt, ähm, ich habe den Sattel nicht mitgenommen, ne? Scheiße. Ähm. Okay, ich züchte das jetzt extra so für so einen Bosskampf oder so. Ich weiß auch gar nicht, wo man darauf achten muss oder so. Bitte folgen Sie mir. Ich bringe Sie jetzt zu unser kleines Zuhause, was mega hässlich ist. Aber komm mit. Ich bin immer noch total happy, dass es auf der PlayStation 5 einfach so läuft. Und ich finde den immer noch so schön da oben, ne? Ah, ich finde den immer noch so schön. Aber was soll ich jetzt mal mit? Hose? Ach, da. Ich warte nur auf den Moment, bis er festhängen bleibt. Ich höre was. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier lang bitte. Wir kämpfen jetzt nicht gegen so ein Dino. Ich will dich nicht schon nach zwei Minuten verlieren. Oh Gott. Ich wusste es. Nein! Oh Gott. Ich hab's. Hör auf, die Sachen zu verfolgen. Ich hab vergessen, es zu... Ja. Wenn du bei uns auf dem Saurer mal kommen solltest, kannst du dann ein paar Eier von meinen Rechsen bekommen. Bist du sicher, dass du mir das anvertrauen willst? Wo war jetzt meine Hütte? Ich glaub da vorne irgendwo, ne? Oh nein. Da, 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 da. So. Die sind so schön im Moment mit der rote Farbe da hinten, ne? Aber, yeah. So. Oh, okay. Kann man Alphas einfach so bekommen? Aber Leute, ich würde auch sagen, wir hören für heute hier auf, weil ich hab eigentlich schon mehr geschafft, als was ich eigentlich wollte heute. Ich hab ne Hütte. Zwar müssen wir nächstes Mal noch ein richtiges Bett bauen, bevor wir hier loslaufen in die Wilden. Ich hab doch den Sattel bei gehabt. Okay. Ja. Wie gesagt, morgen hätten wir dann Pokémon Roids gemacht, damit die Pokémon-Leute wieder zufrieden sind. Ähm. Morgen ist Dienstag noch, ja. Müssen wir mal gucken. Äh. Oh, okay. Alles klar. Oder über Level 500. Die haben schon was aus. Oh Gott. Okay. Okay. Auf jeden Fall danke schön, dass ihr dabei wart. Morgen, denke ich, auch wieder so 17 Uhr, weil Bastia hier den Lehrgang hat. Auf jeden Fall danke schön, dass ihr dabei wart. Und vielleicht krieg ich jetzt wirklich einen Döner. Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten... Oh nein. Oh nein, oh nein, 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 nein. Lauf weg. Ich hasse diese Dinger. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Okay, wir werden doch nicht sterben. Bin ich gut? Okay. Danke schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ich mach Pause. Tschöö.